Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittwoch, der 6. November 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 242 und ich habe heute die folgenden Themen mit für euch dabei. Google Assistant, Swing, SWNG, Instagram Paid Tool, Hashtag Slide to Unlock Sucks, Apple vs. Amazon, Pixelmator Pro, DxOMark, X vs. oder 10 vs. GH5, Apple Pay Cash und Twitter 280. Beginnen wir doch gleich mit dem Google Assistant. Es gab es mal dieses Schatzam. Es gibt es immer noch. Sehr beliebtes Tool, um Musik zu erkennen, die draussen so läuft und man selber nicht kennt. Google hat da irgendwann mal nachgebessert und das auch bei seinem Assistant eingeführt. Dann ist es verschwunden. Mittlerweile ist es wieder da. Wer also ein Google-eigenes Telefon besitzt und den Assistenten nutzt, braucht da jetzt keine dritte App mehr. Sehr praktisch, wie ich finde. Microsoft hat sich eine Foto-App gekauft. Nicht eine, sondern die SWNG, oder Swing, wie man es immer ausspricht, ist eine iOS-App, also für die iOS-Plattform, für die iPhones. Und die erlaubt es euch, lebendige Bilder zu machen. Was Microsoft damit vorhat, ist noch nicht klar. Aber eventuell was für in Skype drin. Da möchte man ja mit Snapchat und so weiter weiterhin konkurrieren können. Mal schauen, was sie aus der App machen. Bei Instagram weitet man Sponsor-Post-Geschichten aus. Es gab ja schon seit Längerem die Möglichkeit, für ausgewählte Leute ihre Kampagnen mit Firmen besser sichtbar zu machen. Das Ganze wird jetzt breiter ausgerollt. Und top Instagram, so sollte es sein. Und ja, jetzt dürfen natürlich die ganzen, ja, wie heißen die Dinger schon wieder? Ach ja, Influencer, ihre Geschichten auch richtig taggen und vermarkten, würde Sinn machen. Was man rausgefunden hat, so zumindest T3N, ist, dass um erfolgreich oder erfolgreiche Instagramer verwenden immer weniger Hashtags, dafür längere Texte. Es geht denen, ja, doch bald irgendwann doch vielleicht in Richtung Bloggen oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn ihr erfolgreich sein werdet, möchtet ein paar Tricks, auch wenn man die Posts am besten veröffentlicht von der Zeit her und so weiter. Und ab welchem Budget das losgeht, schaut es nach. Bei uns auf tele.giktok.ch, in den Shownotes ist der Link dazu drin. Mögt ihr euch erinnern, Slide to Unlock, dieses Feature, was Samsung bei Apple inspiriert, ja, ihr wisst, was ich meine. 2014 hat das Ganze begonnen mit der Klage hin und her und her und hin und noch eine Klage hinten nach und sowieso und aktuell auch gerade wieder einiges in dem Bereich. Sehr, sehr unschön. Jetzt ist auf jeden Fall das finale Schlussergebnis draussen. Samsung darf 120 Millionen Dollar an Apple bezahlen. Mein Gott, das wird denen wehtun. Apple beweist Humor. Denn sie haben sich die Domain, also ich nehme an, die gibt es schon länger, die Domain apple.sax gesichert. Und wer da drauf geht, ich verrate jetzt nicht, was es ist, ihr könnt das selber eintippen oder sonst bei uns in den Shownotes draufklicken. Sehr, sehr spannend und geschickt gemacht, wie ich finde. Toll, Apple. Wenn wir gerade bei denen sind, das heisst immer, Apple ist tot oder wird gleich sterben und so weiter. Doch wenn man dann wieder mal ein paar Zahlen vergleicht, die Umsatzzahlen vom letzten Quartal sind ja erst gerade gekommen. Wir hatten es ja hier im Daily auch schon beeindruckend, wenn man bedenkt, dass Apple mit nur dem iPhone mehr Umsatz macht als es zum Beispiel Amazon mit allem, was sie verschippen und verkaufen. Und auch noch viele andere Fortune 100 Unternehmen könnte man mit dem iPhone Umsatz toppen. Mittlerweile ist es auch so, dass Services, also Cloud etc., Apple Music usw. auch da quasi als eigenständiges Unternehmen auftreten könnten. Die haben so viel Gewinn darüber, dass auch diese Dienste oder diese Services-Geschichten einige Firmen toppen. Das ist schon gewaltig, was das da so umgesetzt wird. Auch gewaltig soll es werden, die neue Pixelmator-App, die Pixelmator Pro, wurde ja vor kurzem, ich glaube, ich war es an der Apple Keynote, ich glaube es vorgestellt. Jetzt ist es klar, am 29. November, also doch noch fast einen Monat schlafen müsst ihr, kommt sie dann für 59 Dollar. Ich glaube, das ist so in dem Bereich, wo früher mal Pixelmator auch mal war. Mittlerweile gibt es die normale App ja deutlich günstiger zum Kaufen. Wie immer, wenn neue Smartphones da ist, gibt es diverse Vergleiche und Tests von renommierten und auch weniger renommierten Firmen. Eine der renommierteren ist sicherlich die DxOMark und die hat sich ja schon zum Google Pixel Start das Pixel vorgenommen und als bestes Smartphone rausgebracht oder gekürt, besser gesagt, dem ist auch weiter so geblieben. Sprich, 98 Punkte für das Pixel 2, 97 hat das iPhone X erreicht. In einigen oder zwei Kategorien hat es gesiegt, aber im Gesamtergebnis eben das Google-Teil vorne gewesen. Gratulation an Google an der Stelle und ja, kauft euch das Gerät, was ihr möchtet und euch besser liegt, denke ich doch. Ein Vergleichsvideo habe ich da auch aufgeschnappt vom iPhone X in 4K versus der Panasonic GH5, einer professionellen Videokamera. Sehr, sehr eindrücklich, was man da so sieht, wenn das Ganze direkt vergleicht. Obwohl eben so Direktvergleiche auch nicht immer ganz zu erhaben sind, weil dann doch ein bisschen andere Winkel etc. Aber ja, es ist zumindest besser solche, wie soll ich sagen, Tests als Tests in Labors, weil Labortests sind ja eh nie Realität. Realität wird endlich Apple Pay Cash. Gut, gleich mal vorneweg. Jetzt wäre es wieder mal wie immer nur in den Staaten. Ich hoffe, das kommt relativ schnell auch in die anderen Länder, also sprich zu uns, Deutschland und Österreich dürfen ja noch warten auf diese liebe Apple Pay. Ja, aber eben, in Amerika mit 11.2 wird das Ganze oder WatchOS 4.2 wird das Ganze ausgeliefert. Funktioniert mit einer virtuellen Debitkarte, Debitkreditkarte, sehr simpel und ja, dürfen gespannt sein, wie es ankommt draussen im Markt. Gespannt sein dürfen wir auch, wie es ankommt mit Twitter, denn es ist soweit. 280 Limit wird ausgerollt für die Masse. Ich habe heute schon die ersten gesehen und ja, macht mir dieses Twitter nicht noch mehr kaputt. Aber ja, mal schauen, vielleicht reguliert sich das Ganze auch ziemlich schnell wieder. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinlauschen, euch einen wunderschönen und vor allem erfolgreichen Tag und ja, wir hören uns morgen wieder am, was haben wir denn für einen Tag? Donnerstag, genau, dieser Woche. In diesem Sinne, euer Pogipsi, bis dann, tschüss. Hört mehr Geek Talk.